Hallo meine YouTuber, wir spielen heute, naja, scheiße, aber egal, wir spielen heute eine Partie Ace of Space, wir haben diesmal einen ganz neuen dabei und das ist der, ja, der stellt sich jetzt erstmal vor. Ja, hi, YouTube-Werker draußen, ne, ich bin der Julian und, ja, da bin ich heute mal mit dabei, ne, würde ich auch mal sagen. Also, ich würde jetzt sagen, dass wir jetzt auch mal anfangen, wir ballern jetzt einmal so ein bisschen rum, 10 Minuten Partie maximal, weil ich habe schon einmal 20 gemacht und das dann abgebrochen, weil alle dürfen ja, die Neulinge dürfen ja nur maximal 15 Minuten. Das finde ich scheiße. Das geht nicht, fuck, schade. Junge, ey. Der heißt hier drauf der JJ Eastor. Yo. Ich hasse diese Welt, ich hasse die. Na, ist halt nicht die Besten, ne? Wir spielen auf dem Server Call of Liberty Bubble Top 10. Ja, äh, hast du heute ein Thema, wo du über die reden könnten oder so? Äh, Schule. Ja, Schule. Ich gehe leider noch in die Schule. Ja, super, Julian, dass du noch in die Schule gehst. Darüber freue ich mich gar nicht, also. Schule ist bei mir ein absolutes No-Go. Schule braucht man nicht. Wofür? Ah, nein. Ich werde abgeschossen von einem Volltrottel. Och, shit. Ich bin ja aber jetzt selber, was ist Schluss? Junge. Wir kämpfen mal gegeneinander, ja. Was, du bist in einem anderen Team unterwegs? Ja, ich nur noch mal. Niklas, oder? Nee, Nick, Nick. N-I-K. Das gibt Stress. Warum? Weil du im anderen Team bist. Okay. So. Oh, Schatz, fucker, netto. Ey, wo ist das denn scheiße? Also, die Schule. Nee, wir nehmen was anderes, glaube ich. Karneval. Karneval. Wir nehmen Karneval, ja. Wir freuen uns ja schon so riesig auf Karneval. Also, ich ganz besonders, ich ganz besonders, ne? Ich bin ein Prinz. Ne. Ja. Ich habe, glaube ich, im Radio hatte gehört. Nein, nicht mich, das ist hart auf euch. Wer? Ja, also ein Angriss als ich. Hä? Wie kann der mich sehen? Weiß ich nicht. Also, äh. Nein, das Wasser. Das Wasser ist natürlich tödlich, da sind die Teile drüber so drinne. Piranhas. Was? Piranhas. Ja? Piranhas. Ja, ist mir schon klar. Ja, Piranhas. Ein Piranhas. Nick killt Nick. Ich habe mich selber getötet. Ist das nicht cool? Ich kann mich, ich kann mich selber, wenn wir jetzt Granaten killen. Ne, echt? Super. Ja. Ich finde das nicht so super. Heute werde ich auch sehr wahrscheinlich noch, wir drei alle zusammen, noch ein Video machen. Also Julian, Glenn und, hallo JJ Easter. Ja. Hallo. Ich habe dich gerade getötet. Also Julian, Glenn und ich werden hoffentlich heute auch noch ein Spiel machen, Ace of Space oder so, ne? Ja. Ähm, nur mal so eine Frage, ne? Ich bin ja mit Minecraft, ich war ja mal deinem Clan, ne? Wieso bin ich jetzt nicht mehr deinem Clan? Ist da irgendwas passiert? Ja, ähm, bei Minecraft, das ist übrigens der Blood PvP, PvP. PvP. Ja, PvP-Server. Ähm, der wurde vor drei Wochen zurückgesetzt, deswegen. Oh, fuck. Alles wieder neu. Nein. Hä? Nein, die, nein, die Welt ist gespeichert, denn der Server muss nur gesettet werden. Oh, okay. Aber trotzdem ist die Welt am Arsch. Ach man. Ihr habt ja auch schon die Folge geguckt, ne? Ich sag nur Modimo. Ich sag nur Modimo. Boah, Junge, ich bin mit Glenn danach richtig ausgeflippt. Denk ich mir. Was? Denk ich mir. Hm. Der Cheat ist oder irgendwas in der Richtung. Ist der nicht? Ist der nicht ohne? Ne, oder? Was ist der? Admin? Ne. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaub, das tut doch da. Hm. Also auf jeden Fall, man kann den tausendmal schlagen und man kriegt nur Schaden zurück. Was? Man kann den tausendmal schlagen und man kriegt fast in Schaden zurück. Frag mich nicht. Dorn. Scheiß Dornen. Ne, ich hab auch noch Dornen drauf. Oh, die voll, voll Dornen. Ja, aber es gibt ja nicht mehr als fünf. Oder der hat irgend so... Weiß nicht. Vielleicht hat der Godmode. Ne, man kann nicht mehr Schaden machen. Also ich bin da echt, ich weiß es nicht. Ach, Mann, schade. Zehn Minuten maximal, tut mir leid. Hm. Die sind halt so doof, ne? YouTube. Na ja. Na ja, für Lehrlinge... Chrome kann jetzt bis zu... Weiß ich nicht. Also, ja. Der Tod? Der Tod? Ei, hui. Ich weiß, ich kann auch in, im Hintergrund, ähm, Musik mitmachen, aber ich weiß nicht, ob ihr das möchtet, deswegen... Ach, Mann. Schreibt sich in die Kommentare. Hm. Schreibt einfach bitte, bitte in den Kommentaren. Das wäre richtig nett, ja. Ich hab'n Kommentar geschrieben. Was denn? Äh, hast du es noch nicht gelesen? Nein, ich bin doch gerade erst wieder umgekommen. Ach ja. Ähm, keine Ahnung. Ganz ergänzt. Ich hatte... Ähm, Sport. Hi! Ich hab' schon den JT-Eater zweimal gekillt. Ey, Julia, was los? Ja, ich bin halt gerade nicht so recht mit. Ich bin nicht gut in Age of Space, weil ich das seit vielleicht zwei Monaten oder so habe. Ja, drei Wochen, drei, vier Wochen maximal. Und da muss ich noch ein bisschen reinkommen. Ähm... Ja. Also, dem drückt sich auf ihn, ja. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Also, ich bin ja eher so der Sniper-Typ, aber auf dieser, auf dieser Mac kann man nicht richtig Snipern. Ja, der kann wirklich gut Snipern, der Julian. Mein Fakki. Mein Handy. Geht leer. Wir wollten doch über Kanneval sprechen, ja. Ah, ja, genau. Ähm, ich habe... Wie schon, wie ihr alle wisst, umhass ich Kanneval. Mögen... Ja, nein. Aber ich muss jetzt bei mir im Sportverein damit warten. Bei Tussiorn? Ey, du kleiner Drecksack. Aber jetzt hast mal... Ja, bei... Ja, eben Tussiorn. es heißt keiner von euch aber okay die reine schon mit der schon beliebten nur anstatt also und das ist ja die verrate Technik Boxen Technik Technik was bin ich mit der Technik Karate Boxen Sport Leichtathletik ihr könnt mich auch gerne fragen was ich mache was machst du tanzen oder wie ich schaue dich jetzt gleich in den Rennen Leichtathletik Kuhn da haben wir schon extrem viel extrem viel Muskeln weil das das gar nicht so leicht das denke ich mir da muss ich doch ihn da muss man das machen und das Rückwärtsrolle und ich habe ich habe ich meine Vorwärtsrolle ich habe niemand vorwärts wollen ist das traurig ist das traurig ja heute hat sich halt so drei oder zwei drei Stunden mein PC war an weil er was kommt so wie die Jürgen muss sein Kack ey ich wollte grad sniper ich bin doch sie nicht hatten auch 3 da hat er zu bekommen nach mann ich bin untergefallen ich stehe hat um es gibt ja auch eine andere Version von als aufs Welt eine die müssen wir mal kaufen Ja, das habe ich schon gesagt, letztens. Ach so, ja. Die kostet halt Geld und ich will erstmal das Spiel richtig, das alterische Stolz spielen. Dann, also, schreibt das bitte in den Kommentaren, ob ihr das neue oder das, also dieses haben wollt. Beim neuen gibt es, also, was gibt es da eigentlich alles? Alter, da gibt es Klassen, zum Beispiel meiner, da hat man dann irgendwie eine besondere Schaufel. Ja, dann hat man so eine Schaufel, man kann das eigentlich nur Extremmeinkraft, dann noch mehr Halsmeinkraft. Man kann so Sachen verzau- ohi, man kann so Sachen verzaubern, äh. Fünf Kills. Was? Fünf Kills. Ja. Fünf Kills. Nur mal so, ne? Nick Wärts. Was ist eigentlich jetzt nur mit dem Thema Facecam? Facecam? Ja. Naja, ähm. Warum? Ja, ich würde nur mal gerne, ich weiß ja, wie du aussiehst, ne, aber ich will ja nur mal wissen, ob du das vielleicht irgendwann mal vorhast. Ja, wenn ich älter bin. Wenn du älter bist, ja. Das glaube ich, mal ein bisschen zu früh. Ich bin ganz neu, Junge. Ja, trotzdem, also. Ja, wie, trotzdem. Ja. Ja. Aber, das kann nicht nur ein bisschen dauern, bis du Facecam machst, ne? Oh, man, ja. Aha. Also, wenn ich so 15, 16 bin, dann. Und ich bin 14. Du bist 14? Ne, ich bin 1. Ja, klar. Ich hab gedacht, du wirst noch 13. Ne, ich bin am 16.02. 2000 geboren. Ja, aha. Und das war ja erst vor ein paar Tagen, ne? Also, ja, oh, stimmt. Wir müssen Schluss machen. Tut mir schon leid. Ah. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis später. Ciao. Bye. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020